Vom Projekt Crowdsourcing habe ich über einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom Januar 2016 erfahren. Ich habe am selben Tag meinen ersten Input gegeben über zwei Bilder zu diesem Artikel. Ich interessiere mich an und für sich nicht für historische Bilder, aber zu jedem Bild gehört eine Geschichte und mich interessieren die Geschichten hinter diesen Bildern. Das Bild mit den vier Personen ist ein Bild aus einer Sammlung von 109 Fotos und dieses ganze Album wurde im Oktober im Internet mit einem Aufruf dargestellt unter dem Titel Polistudenten. Wie haben die es schön? Und da ich selber Student war an der ETH, hat mich dieses Thema interessiert. Das Bild selber, wenn man das zuerst ansieht, dann könnte man meinen, es würden vier Professoren vor einem stehen. Wie sich dann herausstellt, wenn man das etwas genauer betrachtet, sind es nicht vier Professoren, sondern vier Studenten mit Hut, aber sehr schön gekleidet. Und das hat mich dazu bewogen, diese Serie etwas genauer anzusehen. Jetzt war die Frage, kann man da Licht in dieses Dunkel bringen? Und das kann man nur machen, wenn man eben auch die anderen Bilder betrachtet. Wie gesagt, 109 Fotos. Und da ging es darum, aus welchen Fotos kann man eine Aussage machen, um da hinter dieses Geheimnis zu kommen. Auf anderen Fotos sind effektiv Professoren abgebildet und mit Namen erwähnt. Und das war jetzt der Schlüssel dazu, dass ich auf der Homepage der ETH und der Geschichte nachgeforscht habe, Ja, was haben denn diese Professoren, Rohan, Meier und Peschlin, doziert? Das ist, der Aufwand ist sehr unterschiedlich. Wir, je nach Thema und Foto, kann das Minuten dauern, es kann Stunden dauern, es kann Wochen dauern. Und hier und da sind auch zusätzliche Abklärungen notwendig bei anderen Stellen. Und dann kann es auch Monate dauern. Wie komme ich zu meinen Bildern? Es ist klar, als Ingenieur habe ich ein Flair für Sachen, die mit Technik zu tun haben. Ich bin Vermessungsingenieur. Ich habe auch ein Flair für Luftbilder. Ich reise sehr gerne. Hier und da kommen Aufrufe für bekannte Orte, wo man schon mehrmals war. Und dann fällt es natürlich einfacher, diese Sachen zu bearbeiten. Aber ich konzentriere mich auf Sachen, wo ich irgendwie gewisse Kenntnisse, Vorkenntnisse habe. Und die suche ich auch über Suchbegriffe, die ja im Prinzip bei dieser Suche möglich sind. Musik Untertitelung des ZDF, 2020